Zu dem Preis gibt es woanders nur die Fußmatten. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. So Leute, wir sitzen hier im Starcar-Fanmobil und ich erkläre mal kurz, wie das Ganze läuft. Also man kann sich hier bewerben bzw. man kann sich für einen Freund bewerben, der dann abgeholt wird. Moin Moin, bist du Merko? Ja, ich bin Merko. Du hast deinen Kumpel vorgeschlagen, erzähl mir das kurz. Ich habe Dustin vorgeschlagen, weil ich denke wirklich, dass er der absolute Fan des Tages ist. Sicherlich sind alle HSV-Fans riesengroße Fans und jeder hat irgendwie den HSV in seinem Herz und in seiner Seele. Aber ich dachte, dem Kulle, dem muss das definitiv mal gegönnt werden. Ja, man muss ja irgendwie anfangen. Er ist heute auch noch 30 geworden oder wird. Hat heute Geburtstag. Und ja, besser kann uns eigentlich gar nicht passen. Ganz kurz, ihr habt gestern gefeiert, ist er angeschlagen? Ja, er ist ein bisschen angeschlagen. Er hat aber schon wieder eine Hülse. Dann machen wir vor, dann wackelst du mal so ein bisschen mit. Dann fällt das nicht so auf, wenn wir beide ein bisschen schwanken. Ich bin dann solidarisch, ich schwank mit. Dann gehen wir jetzt gleich mal rein, wir parken das Auto noch kurz und dann geht es weiter. Das war total dezent. Wir haben uns das alle gewünscht. Herzlichen Glückwünsch. Du bist Dustin? Ja. Herzlich willkommen, Brotstag. Wie bist du heute bei uns von der WCW, HV, ein bisschen rum und machen alles Mögliche? Darf ich die Flasche machen? Du kannst dich anziehen. Vergiss nicht, die Shirts anzuziehen. Und hier kommt das Auto. Die schwierige Situation wird gleich sein, du musst ein bisschen durch die Kamera durchklettern. Vielleicht gehst du auf der anderen Seite mit mir rein und dann rutschst du einfach durch. Dann gucken wir uns zusammen. Und jetzt erzähl mal, der Mick hat gesagt, du hast am Morgen schon Bier getrunken. Eins. Eins. Ja, kann man ja zum Frühstück. Frühstück der Meister. Und du warst das erste Mal im Stadion 1993, weiß ich, mit deinem Vater. Und es gab ein 3-1. Und war das gegen Bayern? Bayern München. Ja, das ist ein schönes Abendspiel. Alter Volkspartner. Ja. Der Parkplatz, der Spieler, muss ich auch sagen, habe ich früher schon mal dervere Autos gesehen, ne? Hallo. Alles klar. Alles klar. So, und hier geht's dann also durch. Das ist natürlich hier, guck mal, da müssen wir nochmal aufräumen. Hier, guck mal, das ist schief. Weißt du, so geht's nämlich, kann man nicht bewegen. So geht's los. So geht's nämlich los. Da hauße ich da einer. Zurück geht's. Achtet drauf, wer sich nachher die Schulter verringt. So, hier geht's dann durch. Ne, links, obwohl, doch, kann sein, dass wir, ja, ich weiß nicht, ja, so, und hier geht's dann rein. Das war super, es war großartig. Vielen Dank für den schönen Tag. Bis bald. Alles klar. Vielen Dank an euch und, ja, bewerbt euch, viel Spaß, dann haben wir einen schönen Tag. Es gibt viele Tore. Zu dem Preis gibt es woanders nur die Fußmatten. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. . . .